ja hallo und jetzt willkommen zurück zu let's play half life 2 in der letzten folge haben wir uns durchgeschlagen bis hierhin jetzt sind wir hier und jetzt nehme ich granaten auf heimig voll habe ich erledigt sehr schön und nun ja deine letzte folge ein bisschen länger her ist kommt mal wieder einspielen mit second ein bisschen so okay so und weiter geht's warte gab es dann irgendwas drin was umlegen muss oder so was da vorne muss man lang kommt mir gerade ein bisschen lange vor das spiel so ab und zu wenn ich so schnell bewege ich habe bewegungsunschärfe an dass sie doof aus hinterher da muss ich hochgaben hallo haben wir erst kaputt gemacht scheiße genau kein sound so jetzt gibt es eher ich höre auch schon wieder hoch nein gott junge du bist einfach zu schnell das sind wirklich das spiel was denn hier los ich weiß schon was da wieder passiert stimmt laden sie irgendwo ihre soldaten ab wir kennen sie doch die kombine so jetzt wird fängt sich ein bisschen bin hier noch ein bisschen unsicher hat es angeht also geschmissen hier so haben ausgehustet hier hoch habe ich das jetzt aufgenommen da war doch irgendein geräusch gerade und du auch noch aber wenn man springt werde ich schneller sehe ich gerade das sind voll die affen zwei habe ich tot und nummer 3 880 4 oder was stand da noch hat keine ahnung ist mir gerade ein bisschen egal so ich gehe mal lieber um die ecke hier habe ich auch glaube ich und letztes mal mein da ist es ja so weiter geht die tür ja witzig also doch gerade schon die wäre fest ist okay okay ich habe irgendwas aufgehoben und ein bisschen heilung auch warum drücke ich ihn immer schiff auch gar nicht so steht das sind raketen die hat der getroffen die hat getroffen soldaten aber diese kletterpflanzen können einen auch noch aus dem boot rausziehen ich hoffe die kommen noch nicht in diesem teil wer so nervig scheiße mit einer p wohlgemerkt so leute und da geht es auch endlich schon weiter mit half life mann ich bin an dieser stelle gerade richtig ausgerastet ohne witz ich habe ein hp und bin tausendmal gestorben dann habe ich es irgendwann geschafft und das ist so ärgerlich dass ich da aber naja jetzt haben wir irgendwie progress und so ich nehme mit 17 minuten auf dann müsste ich mit dem rausgeschnittenen zurecht kommen scheiße ich weiß schon wo ich bin oder trümmer einig sind versteckt man irgendwo oder vertue ich mich da war gut dann erinnere ich mich doch ein bisschen an diese stelle das ist cool gemacht mit dieser physics engine und so wisse so du gehst hoch und du gehst runter und mein gott sehr schön da freut da lacht man jetzt ich weiß nicht was ich weiß nicht na egal also für gerade jetzt dieser kleine übergang war doch nicht so aussagt kommt man dahin und zwar auch nicht so aussagt werde aber immer interessantes gewesen was ich mich frage warum kanäle waren das hier mal ja müssen die kanäle wirklich gewesen sein da können ja schlecht straßen oder sowas gewesen sein oh nein jetzt gehen sie im rage mode ey ich glaube da vorne kann ich hin lieber ein bisschen vorsichtig jetzt hier so wenn das boot gleich irgendwo dahinten ist dann ärgere ich mich brechstange hier ist ja nie ja es ist alarm aus man hallo du auch na komm mal her aua aua so das nennt man verschwendung toller ressourcen na geil ok man ich finde ich komme mir heute ein bisschen gelangweilt vor weißt du gut ist für abends und so aber trotzdem ich hab grad voll bock aufzunehmen und so und ich bin müde ein bisschen ich glaub daran die ichs sollte nicht mehr aufnehmen wenn ich müde bin so oh guck mal ein hubschrauber weh mein freund naja fliegt weg nein er fliegt nicht weg ja und nun f5 das ist f6 jetzt hier f5 warum da f5 na egal naja naja aua ja schön dich kennenzulernen mein name ist auch leck mich was macht er denn da ach da wusste ich gar nicht dass ich das können scheiße wetten er kommt jetzt hier rüber geflogen ja klar ja du kannst erstmal schön die klappe halten weißt du ist auch überhaupt gar nicht nervig oder so eine mehr unsere daten dann mit dem schrauber im rücken zack so ruhig verdammte blackrock viecher ach kacke ach geil guck mal wer da ist die amok viecher da die würden die würden die einen soldaten können ohne witz die machen von nichts halt so wird man sechs headshots geben oder was ich habe mich ja da immer die mikrofonansagen machen muss ja toll sein alle einheiten code 3 oh allgemein alle ansagen machen und so weiter tonner job mal für zehn millionen leute zuständig sein vom schieb jetzt so ja ja ich bin schon computer aber trotzdem stimme vor das wäre jetzt echt naja post wo ist zum teufel geht es jetzt sagt er warum bin ich denn jetzt warum bin ich denn jetzt alter habe ich alzheimer oder was so eine kacke komm her ja klar schau sie an hallo meine güte leute da könnte mir nicht vorstellen doch wer ist der nächste alter haben die 5 ja ich habe keine money mehr danke aber die sind auch nicht mehr naja ausgleich oder nicht mein leben ist auch wieder sehr voll wetten wenn sie jetzt noch mal wie spawn würden dann das ist ganz toll warum immer voll die haben bestimmt nur smg oder smg vor allem smg meine ich ja ja da ist er wieder schön dass er auch noch da ist ob die job voll vermisst ja auf jeden fall junge junge bleib heile kiste scheiße wie mies ooooh alter wie mies das denn jetzt wieder war also mal ehrlich jetzt ach da waren so daten kein wunder hat mich schon fast gedacht und scheiße kommen ja noch mehr junge 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 schreck mich doch noch mehr ja geil erstmal aufladen ne und ohren kratzen so warte so 75% wehe alter ich bin hier grad am rechargen der hochschrauber könnte nicht besser junge boah der würde ja so gern vom himmel holen ne die raketen oder sowas sofort schön freut mich dass es dir gefällt nur ne kiste in der ecke egal aber munition drin Achtung gordon freeman im anlauf wiii ist auch gar nicht übertrieben gerade hier oh guck mal hier gehts hoch oh soldaten hi oh nein okay das war nicht bruchfestes glas so komm jetzt ja tatsächlich es geht ja man weiter 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 komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ja man verzieht euch ha 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 und damit hätten sie nicht gerechnet und die torsteuerung nehme ich an ich will nicht kennenzulernen gut knochenbruch so der hubschrauber ist wenigstens nicht mehr da wusste ich gar nicht wie man den vom himmel holen kann sag ich noch so boah am liebsten möchte die vom himmel schießen wenn sie kurz später ich sag immer naja cool und schon gehts weiter epische abenteuer warten uns mal schauen haben wir unsere erste quest bekommen hm hat sie vorhin der werbe ab ah genau wir spielen da bestimmt irgendwie so boah nein junge hab die kraft vom himmel geholt ohne scheiß ja geil kommen wir gegen siegergas scheiße der holt aber auf nein nicht so einer ach die scheiße das schmeiße bomben ok wir einmal und mal lieber warum kommt überhaupt keine musik mehr in hafen hallo sonst drunter spiel mich immer mit laufenden songs und so zu ne und jetzt ist ja nix tunnel genau erd wenn der jetzt im tunnel hinterher fliegt ne da mach ich echt nur noch aber ich glaube da fällt zu riskant ladedaten sehr schön gut und ich würde sagen an dieser stelle machen auch feierabend für heute hoffe ich hat es heute gefallen mit einer folge half life 2 kam es glaube ich drei wochen lang nichts oder so keine ahnung ein bisschen unregelmäßig aber naja lauter hoffe ich jetzt heute gefallen bis zum nächsten mal macht es gut und ähm wie spät haben wir es jetzt?